Hallihallo, Hallöchen, ich bin Darian L.P. und begrüße euch auf meinem Kanal Darians World of Gaming. Ja, wir befinden uns heute auf dem Server von WesterosCraft. Ein sehr ehrgeiziges Projekt, in dem versucht wird, alle sieben Königslande aus der Serie Game of Thrones nachzubilden. Also das heißt, alle vorkommenden Größen, Städte, Landschaften, Burgen, soll alles nachgebildet werden. Und ja, mich hat dies sehr, sehr interessiert, als ich davon gehört habe. Ich muss zugeben, ich bin sehr später drauf gestoßen. Ich weiß nur, dass das Projekt wohl ein paar Jahre, ja, ziemlich still gestanden war. Aber die Bauten wieder aufgenommen wurden. Und ja, deswegen möchte ich mir das gerne jetzt mal mit euch zusammen hier anschauen. Wird bestimmt sehr, sehr interessant. Ja, ihr seht, wir verwenden einen modifizierten Launcher für den Server. Okay. Jump with Space, okay, okay, okay. Yay, kann ich den auch? Ja, so ist besser. So ist besser. Stein. Polierter Diorid. Do not use, do not use, do not use. Okay. Sollen wir nicht verwenden. Das ist in Ordnung. Okay. Okay. Wir versuchen jetzt mal rauszufinden. Das ist cool. Bitte lest alle Schilder. Dieser Kerl hat es nicht gemacht. Ja, läuft. Please read the signs. Please be polite and respectful when talking in our chat. Feel free to ask us questions in chat. We love to have guests. Type in Wiener. Oh, gibt es sogar Night Vision hier. Das ist cool. Das ist echt cool. Alles klar. Das ist wohl Musik. Yay. Leute, der schaut geil aus. Der schaut echt einfach geil aus. So, ja, hier sind wir also. Map House. Jetzt bin ich gespannt. In Game. 3D Map. 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 Den Map. On our website. At MC West West West. Craft Call. Ah ja, okay. Alles klar. Server rank info. Da, 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 da. Okay. 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 Cool, cool, cool. Ähm, ich möchte jetzt aber gerne, ah, okay, okay, jetzt, jetzt wird es interessant. Boah, der Abo, okay, wow, das schaut cool aus. Schade, sie hat gerade kein Shader. Nein, ich habe für die, für die, ne, was heißt Version? Kann ich mir hier für den Launcher auch Optifine und Shader? Weiß ich nicht. Guten Tag. Highgarden. Genau, da haben wir, äh, Haus Tyrell. Oh, Haus Tyrell schauen wir uns mal an, oder? Wow, das ging echt flott. Krass. Oh, Leute, das, das gefällt mir so gut hier. Wow. Es gibt also so ein kleines bisschen Feeling von, äh, Ah, okay, äh, von, von, ja, Game of Thrones, das, oh, ist echt gut, ist echt gut. Wow. Ich bin, 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 übelst schwerst begeistert. Ah, auch das, das Ressource-Pack hier dazu, das ist, das, boah, das gefällt mir total. Also, wenn sie hier draus dann wirklich so ein, so ein Rollenspiel-Server machen würden, oder, ja, meinetwegen eigentlich auch nur so, so, so Adventure. Das, das wäre bestimmt richtig geil. Das wäre bestimmt richtig geil. Wow. Mann, Leute, ich, das gefällt mir, ich, mir fehlen die, die passenden Worte, ich, 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 ich ziehe auf jeden Fall mein Hut vor dieser Arbeit. Also, hier ist echt, astreine Arbeit geleistet worden. Ja, das, das ist jetzt, das einzige, was jetzt gerade irgendwie ein bisschen schade ist, es gibt ja keine, keine Raben, oder, ja, mal abgesehen von, von Papagein, keine Vögel in, in Minecraft. Ist schön, dass die hier die Sounds implementiert haben, aber, ja, die Vögel dazu fehlen halt leider, ne? Das, das ist ein bisschen schade, aber, ja gut, da kann man, oder können ja die Leute hier nichts dafür. Oh, ist das geil, ist das schön. Oh, traumhaft, Leute, traumhaft. Was ist denn? Okay, cool. Ah, okay. Ja, ja, ist in Ordnung, alles klar. Kann ich mit leben, ist in Ordnung. Ich will euch ja hier nichts kaputt machen. Okay. Geil. Oh, ist das schön. Komm ich da? Ne, komme ich nicht rein. Schade, jetzt habe ich gedacht. Gebt euch das, das ist so schön gebaut. Einfach krass. Komm, komm ich hier rein? Ne, ne? Ne, komme ich nicht rein. Schade, schade. Müssen wir doch von ganz unten anfangen. Probieren wir uns ja Glück. So. Ein Traum, Freunde, ein Traum. Genial. Einfach genial. Hoppala. Ne. Macht er. Schön. Echt schön. Die Geräusche ohne Flux. Das ist der Hammer. Und hier geht es immer noch weiter und weiter. Mal mal. Sichtweite. Oh, 30. Selbst ohne Schäde ist das der Hammer. Das ist der Hammer. Gebt euch das hier mal, das ist ein Traum, ein Träumchen, ein echtes Träumchen. Ja, gut, aber sei es wie es mag, Freunde, das war es dann für dieses Video aus WesterosCraft und ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann zeigt es mir doch mit ein bisschen Liebe, gebt dem Video ein Like, abonniert kostenlos meinen Kanal, verpasst auch zukünftige Videos auf keinen Fall. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ciao, ciao, macht's gut.